Ich bin Paul von WatchMojo Deutschland und heute zeigen wir euch die Top 10 schlausten Entscheidungen in Zombie-Filmen. Für diese Liste werden wir uns einige kreative Lösungen auf der großen Leinwand ansehen, die von Charakteren entwickelt wurden, als wiederbelebte Wesen, virusinfizierte Lebensformen oder ähnlich betroffene Kreaturen zu einem großen Problem wurden. Da einige dieser Entscheidungen wichtige Momente betreffen, seid ihr hiermit vor Spoilern gewarnt. Welche dieser Lösungen würdest du in einer Zombie-Apokalypse so oder so ähnlich anwenden? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 10, mit Zombies die Wirtschaft ankurbeln, Shaun of the Dead. Nachdem die britische Armee den Zombie-Ausbruch eingedämmt hat, bleibt dem Land ein Überschuss an durcheinandergebrachten Kreaturen übrig. Anstatt sie zu beseitigen, beschließt die Regierung, die verbliebenen Mitglieder der Horde in die Wirtschaft einzubringen. Ein Haufen Zombies wird in Arbeitsposition gebracht. Eine weitere Gruppe der stöhnenden Kreaturen ist in Reality-TV und Spielshows zu sehen. Der Titelcharakter Sean spielt sogar Videospiele mit seinem zombifizierten ehemaligen Mitbewohner. Da die Kreaturen kein Geld benötigen, sparen viele der Geschäftsinhaber wahrscheinlich ein Vermögen dabei, sie einzustellen. Dieser Plan sollte reibungslos verlaufen. Naja, außer die Zombies kommen zusammen und verbünden sich. Nummer 9, Busse in Panzer verwandeln, Dawn of the Dead. Die Helden dieses Zombie-Films verbringen den größten Teil der Laufzeit damit, in einem Einkaufszentrum rumzuhocken. Bevor sie sich auf den Weg zu einem Fluchtboot machen, verbringen sie wertvolle Zeit damit, zwei Busse zu verstärken. Sie machen das Äußere praktisch unzerstörbar. Sie nutzen Stahl, Stacheldraht und große Pflüge an den Fronten. Dann beladen sie die Inräume mit einer großen Auswahl an Waffen und explosiven Propantanks. Die Busse können viel ertragen, als sie sich ihren Weg durch die Horde bauen. Ehrlich gesagt, vielleicht wären die Überlebenden besser dran gewesen, wenn sie einfach in den Bussen geblieben wären, statt auf dieses Boot ins Unbekannte zu springen. Ich sag ja nur. Nummer 8 Das SOS-Schild vorbereiten 28 Tage später Die höllische Welt von 28 Tage später zu überleben, scheint eine nahezu unmögliche Aufgabe zu sein. Jim, Selina und Hannah gelingt es jedoch, wutinfizierte Menschen, korrupte Soldaten und die harten Elemente zu überwinden, um einen sicheren Ort zu finden. Als Hannah hört, wie sich ein Flugzeug nähert, führt die Gruppe einen Rettungsplan aus. Sie entfalten schnell ein SOS aufs Vorhängen, die das Wort Hallo ergeben. Es war ziemlich klug von ihnen, eine vorbereitete Nachricht zu haben. Die Art und Weise, wie sie es angelegt haben, weist darauf hin, dass sie das Ganze schon vor einer langen Zeit vorbereitet und einstudiert haben. Hoffen wir nur, dass sie den Pilot überzeugt haben und dass er umgekehrt ist. Ich denke, er ist das jetzt nicht so. Nummer 7 Infizierte in einem Gebäude einsperren Wreck Einige kluge Entscheidungen sind mit hohen Kosten verbunden. Die Protagonisten von Wreck mussten diese Lektion auf die schlimmste Weise lernen. Feuerwehrleute erhalten einen Anruf darüber, dass jemand in einem Wohnhaus gefangen ist und sie versuchen zu helfen. Leider ist die Frau, der sie versuchen zu helfen, mit einer Art Tollwut-ähnlichem Virus infiziert und greift sie an. Als sie alle versuchen, die Frau in dem Gebäude zurückzulassen, erfahren wir, dass Beamte sie eingesperrt haben. Wir arbeiten, damit sie zu helfen können. Wir brauchen eine Unterstützung. Diese grausame Entscheidung hält das Virus an einem Ort. Diese Wahl trägt dazu bei, dass sich das Virus nicht verbreiten kann. Aber die Menschen, die in dem Haus gefangen sind, können der Sache nicht entkommen. Nr. 6 Julits Zombie-Camouflage geben Warm-Buddies Obwohl er ein Zombie ist, scheint sein Herz immer noch gut zu funktionieren. Als er Julie zum ersten Mal ansah, hörte er auf zu versuchen, Menschen zu fressen, nur damit er ihr Gesicht sehen kann. Nachdem er aufhört, an Julis Freund zu knabbern, beschließt er sie vor dem Rest der Horde zu retten. Er überträgt etwas von seinem Blut auf ihr Gesicht, um ihren menschlichen Geruch zu vertuschen. Dies ermöglicht Julie, sich vor den Zombies zu tarnen, bis er sie an einen sicheren Ort bringt. Es ist ein ziemlich beeindruckender Gedankengang für eine Kreatur, deren Gehirn eigentlich nicht funktioniert. Der Tarnplan rettet nicht nur Julis Leben, sondern hilft auch zu beweisen, dass Zombies immer noch Menschlichkeit zeigen können. Nummer 5 Regeln für die Apokalypse aufstellen Zombieland Franchise Einer der besten Running Gags in diesem Comedy-Horror-Franchise ist die langsam wachsende Liste von Überlebensregeln. Columbus erstellt und befolgt eine Reihe von Richtlinien, um ihn in dieser gefährlichen Welt zu schützen. Er empfiehlt den Überlebenden, die Sicherheit von Badezimmern zu überprüfen, immer angeschnallt zu sein, Cardio zu trainieren und vieles mehr. Seine wichtigen Überlebenstipps helfen bei zahlreichen Situationen Menschenleben zu retten. Und obwohl Columbus angespannt zu sein scheint, ist er bereit, seine Regeln zu ändern, wenn er mehr Erfahrung sammelt. Zugegeben, er ist nicht der einzige Überlebende, der Regeln aufgestellt hat. Da Columbus aber am Ende der Fortsetzung noch am Leben ist, würden wir unser Geld auf seine Regeln setzen. Nummer 4 Stumpfe Zombiesinne ausnutzen Train to Busan In diesem Film greifen die Zombies nur das an, was sie sehen oder hören können. Die Überlebenden nutzen die schlechten Sinne der Zombies auf eine clevere Weise. Sie bedecken die Fenster zwischen Eisenbahnwaggons mit Zeitungen, damit die Zombies sie nicht sehen und versuchen durchzubrechen. Manche warten sogar darauf, dass der Tunnel den Zug in Dunkelheit hüllt, damit sie sich fortbewegen können. Und wenn Überlebende aus der Sicht sind, lenken sie die wiederbelebten Schläger mit Geräuschen ab. Leider schaffen es die meisten Passagiere nicht aus dem Zug. Aber es hätte eben überhaupt keine Überlebenden gegeben, wenn die Menschen nicht so viele kluge Wege gefunden hätten, die Sinne der Zombies auszunutzen. Nummer 3 Ein lockerer Musiker namens Dave und eine brillante Lehrerin namens Caroline begleiten eine Kinderexkursion, als ein kleiner Zombie-Ausbruch beginnt. Nachdem ein Darsteller sie daran gehindert hat, in einem Geschenkeladen Schutz zu suchen, bricht Dave klugerweise von oben in das Gebäude ein, um die Kinder reinzulassen. Aber es ist Miss Caroline, die die klügste Entscheidung des Films trifft. Als Zombies die Klasse zum ersten Mal umgeben, sagt sie ihren Schülern, dass das Ganze nur ein Spiel ist. Diese Strategie ermöglicht es ihr, die Kinder ruhig zu halten und ihnen genau zu sagen, was sie tun müssen, um jede Phase des Ausbruchs zu überleben. Miss Caroline's strategische Notlücke sorgt dafür, dass jeder der Schüler seine Eltern wiedersehen kann. Nummer 2 Eine Drohne perfekt nutzen Hashtag am Leben Hätte der Protagonist dieses Films sein Geld in eine Playstation statt eine Drohne investiert, hätte er diesen Film nicht überlebt. Nachdem er während einer Zombie-Apokalypse in seiner Wohnung gefangen ist, wird das kleine Flugzeug zu seiner besten Ressource. Er benutzt die Drohne, um sein Telefon hoch genug zu bringen, um Empfang zu bekommen. Oh! Die Drohne zu aktivieren, um kein Video von Watch Mojo Deutschland mehr zu verpassen. Nummer 1 Tödliche Krankheiten injizieren, um unsichtbar zu werden. World War Z Jerry Lanes verrückte Beobachtungsfähigkeiten könnten ihn zum intelligentesten Menschen machen, der jemals in einem Zombie-Film aufgetreten ist. Nachdem er beobachtet hat, wie lange es dauert, bis sich die Leute verwandeln, entfernt er die gebissene Hand eines Lieutenants, bevor dieser infiziert wird. Aber das ist noch nicht mal seine beste Beobachtung. Er bemerkt, dass Zombies Menschen mit unheilbaren Krankheiten nicht angreifen. Nachdem er sich eine tödliche Krankheit injiziert hat, wird er für die Horden praktisch unsichtbar. Garys Entdeckung wird auf der ganzen Welt verbreitet. Während einige Leute sich nur tarnen, um Kämpfe zu vermeiden, nutzen andere ihre Unsichtbarkeit, um die Zombies auszulöschen. Jerry's brillante Idee hat der Menschheit vielleicht den Vorteil gegeben, den diese brauchte, um World War Z überstehen zu können. Stimmt ihr unserer Liste zu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Schaut euch auch diese Videos von Watch More to Deutschland an. Und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.